Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Kurs Python für Juristen. Mein Name ist Michael Börskens, ich bin Professor an der Universität Passau und werde mit Ihnen gemeinsam diese Programmiersprache lernen. Im Laufe dieses Kurses erfahren Sie, wie Sie typische juristische Aufgabenstellungen automatisieren können. In unserer ersten Einheit machen Sie die ersten Schritte mit der Programmierung. Sie lernen kennen die Funktion Print zum Ausgeben von Texten, die Funktion Input zum Eingeben von Texten sowie die Bedeutung von Variablen. Für unsere ersten Übungen genügt es, wenn Sie Python im Browser aufrufen. Hierzu können Sie zum Beispiel auf die Seite, die unten angegeben ist, gehen. Dort erscheint dann in der linken Spalte eine Eingabemöglichkeit und in der rechten Spalte die Ausgabe, die Python liefert. Ich werde auch im Folgenden diese Seite aufrufen, damit Sie nachvollziehen können, was ich mache. Sie sollen aber trotzdem selber das nachvollziehen und auch eigene Experimente machen, um zu sehen, wie einzelne Sachen funktionieren. Allein das Folgen dieser Anleitung wird also nicht genügen. Sie müssen auch selbst etwas ausprobieren. Ein paar ganz allgemeine Regeln für die Benutzung von Python. Zunächst Groß- und Kleinschreibung sind wichtig. Das bedeutet, wenn Sie ein Wort versehentlich großschreiben, etwa das Wort Print, dann wird Python es nicht verstehen und das Programm wird nicht funktionieren. Der Vorteil ist, dass alle internen Befehle in Python kleingeschrieben werden und auch Sie sollten Ihre Variablen grundsätzlich kleinschreiben. Das vermeidet Verwirrung und ist für alle sinnvoll. Zweitens Klammern sind wichtig. Python ermöglicht Ihnen, bestimmte Parameter an Funktionen zu übergeben. Diese müssen in Klammern gesetzt werden, damit man weiß, zu welcher Funktion sie gehören. Aber auch sonst können Sie Klammern einsetzen, um bestimmte Aufgaben besser zu strukturieren, d.h. Ihren Programmtext lesbar zu machen. Bedeutung hat dies insbesondere bei mathematischen Formeln, wo die Klammer dem Ganzen eine gewisse Struktur gibt. Noch wichtiger in Python sind allerdings Einrückungen. In anderen Programmiersprachen werden Blöcke gebildet durch geschweifte Klammern oder Begin-End. In Python erkennt man, dass ein Block gebildet wird durch eine Einrückung. Eine Einrückung kann geschehen durch einen Tabulator, das ist diese Taste mit den zwei Pfeilen auf der Tastatur, oder durch Leertasten. Dann weiß Python, dass alles, was danach kommt, zu einem Block gehört und wenn Sie wieder auf die normale Entfernung zurückspringen, endet der Block. Wir lernen jetzt unsere erste Funktion kennen. Es geht um die Funktion Print und wer Englisch kann weiß, Print bedeutet drucken, d.h. es dient zum Ausgeben eines Textes auf dem Bildschirm oder wie wir später noch lernen werden, in eine Datei. In den Klammern hinter dem Wort Print folgt ein Parameter. Das bedeutet eine Information, die von Print verarbeitet werden soll. In diesem Fall ein Text, der von Print ausgegeben werden soll. Solche Texte stehen in einfachen Anführungszeichen. Das heißt, es sind nicht drei aufeinanderfolgende Anführungszeichen oder zwei, sondern einfach nur ein Anführungszeichen oben, wo dann kommt der Text und dann kommt ein weiteres Anführungszeichen oben. Irrelevant ist, ob das Anführungszeichen sind mit zwei Strichen oder einem Strich, also Apostrophe oder echte Anführungszeichen. Python akzeptiert beide Varianten. Ein sehr wichtiges Zeichen in Python ist die Raute. Die Raute dient dazu, dass Sie Kommentare einfügen, anhand derer Sie nachvollziehen können, wie Ihr Programm funktioniert. Dem Computer sind solche Kommentare völlig egal. Der Computer überspringt die entsprechenden Texte einfach. Ein Kommentar geht immer bis zum Ende der Zeile. Das heißt, alles, was nach der Raute kommt, wird vom Computer nicht mehr gelesen. Warum sollten Sie nun Kommentare schreiben, wenn der Computer die ignoriert? Nun, Sie richten sich an Sie als Programmierer, damit Sie nachvollziehen können, was das jeweilige Programm bzw. die jeweilige Zeile macht. Wenn Sie ein Programm geschrieben haben und das erst nach Jahren wieder sehen, wird es vielleicht schwer sein, die Funktionsweise nachzuvollziehen. Und da helfen solche Kommentare zum Verständnis. Aber auch wenn Sie mit mehreren zusammenarbeiten, sind Kommentare unverzichtbar, damit man weiß, worum es eigentlich ging. Unser zweiter Befehl ist der Befehl Input. Input verwendet man, um Benutzereingaben abzufragen. Wir werden später sehen, damit kann man theoretisch auch Informationen aus Dateien lesen. Aber momentan wird diese Tastinformation per Tastatur eingegeben. In den Klammern hinter Input kann ein Erklärtext stehen. Das heißt, wenn Sie eine konkrete Frage haben, können Sie diese anzeigen lassen und müssen nicht vorher noch einen Printbefehl machen. Der blinkende Eingabekursor erscheint dann direkt hinter dem, was Sie als Abfragetext eingegeben haben. Es gibt also keine Freizeile mehr. Wenn Sie Input aufrufen, ergibt das einen Wert. Und dieser Wert ist der eingegebene Text als String, als Zeichenkette. Das heißt, Sie können dann diese eingegebene Information weiterverarbeiten. Um Informationen zu verarbeiten, brauchen Sie die Möglichkeit, diese für die Laufzeit des Programmes zu speichern. Dies geschieht über sogenannte Variablen. Variabel heißt veränderlich. Das heißt, Sie haben bestimmte Speicherbereiche in Ihrem Computer vorbereitet, in denen Sie entsprechende Informationen speichern können. Solche gespeicherten Informationen können sein Zahlen, zum Beispiel 199 oder 3,175. Es können aber auch sein Texte, zum Beispiel Hallo oder Wie heißen Sie? Variablen weisen Sie mit einem Gleichheitszeichen zu. Das bedeutet, Sie geben einen Namen ein, zum Beispiel Begrüßungstext, machen dann ein Gleichheitszeichen und machen dann in Anführungszeichen das, was in dem Feld Begrüßungstext gespeichert werden soll. Abzugrenzen sind Variablen von Konstanten, das heißt unveränderlichen Werten, die über die gesamte Laufzeit Ihres Programmes nicht verändert werden. Python kennt keine besonderen Vorgaben für Konstanten, das heißt, Sie können einfach nur wissen, dass es der Gegenbegriff ist, ohne dass Sie daraus Folgerungen ziehen müssen. Solche Konstanten sind zum Beispiel relevant, wenn ein Wert definitiv feststeht, zum Beispiel die Zahl Pi oder der Mehrwertsteuersatz, der bei einem Anspruch konstant bleibt. Computer verarbeitet Informationen verschiedener Art. Daher differenziert man bei den Variablen nach sogenannten Typen. Ein Typ gibt an, welche Art von Information in einer Variable gespeichert ist. Den ersten Typ, den wir bereits kennengelernt haben, ist der Typ STR und der bezeichnet Zeichenketten, Strings. Kennengelernt haben wir ihn, als wir uns kurz die Print-Funktion angesehen haben. Denn Print verarbeitet namentlich solche Zeichenketten und alles, was in Anführungszeichen steht, ist automatisch ein String. Sie können sagen, dass eine Variable Inhalte vom Typ String enthält, indem Sie hinter dem Variablen Namen einen Doppelpunkt eingeben und ein STR. Der zweite Typ ist der Typ Int. Int trägt für Integer, das ist Ganzzahl. Für alle, die ihren Mathematikkurs aus der Schule vergessen haben, Ganzzahlen sind positive oder negative Zahlen ohne Komma. Das heißt 1, 2, 3, 100, 1,000, aber auch minus 5 und minus 99. Demgegenüber bezeichnen Floats, Floating Point Number, Gleitkommazahlen. Was genau eine Gleitkommazahl ist, müssen Sie nicht im Detail wissen. Es soll Ihnen nur sagen, dass diese Zahl Nachkommastellen hat, und zwar sehr, sehr viele. Und diese Zahl kann ebenfalls positiv oder negativ sein. Alle drei Typen können Sie bei der Bestimmung einer Variable angeben, indem Sie einen Doppelpunkt und den Typ dahinter eingeben. Python ist eine typenneutrale Sprache. Das heißt, auch wenn Sie den Doppelpunkt und die Angabe weglassen, funktioniert Ihr Programm. Solche Angaben dienen zwei Zwecken. Zum einen können bestimmte Entwicklungsumgebungen anhand dessen erkennen, ob Ihr Programm funktionieren wird. Zum anderen können Sie als Leser später besser nachvollziehen, welche Information wo gespeichert ist und was eigentlich mit einer Variable gemeint ist. Daher empfehle ich Ihnen dringend, solche Typenbezeichnungen anzugeben. Eine der traditionellen Aufgaben eines Computers ist diejenige eines trivialen Taschenrechners. Daher werfen wir jetzt einen Blick auf die Grundrechenoperationen, die Sie mit Python durchführen können. Zunächst beginnen wir mit dem schlichten Pluszeichen. Das Pluszeichen hat in Python zwei Funktionen. Einerseits, wenn Sie zwei Zahlen haben, werden diese addiert. Also 2 plus 3 gleich 5, 5 plus 9 gleich 14. Sie können aber auch Texte aneinander hängen. Wenn Sie also machen, in Anführungszeichen, Hallo plus in Anführungszeichen, Wie geht es? erscheint am Ende der Text, Hallo, wie geht es? als ein Gesamttext. Minus dient entsprechend der Subtraktion. Das heißt, wenn Sie zwei Zahlen haben, wird die rechte Zahl von der linken abgezogen. Also 9 minus 4 gleich 5 und 14 minus 5 gleich 9. Das Sternchen ist die Multiplikation. Das heißt, Sie multiplizieren zwei Zahlen miteinander. Also 2 Sternchen 5 ist 10 und 5 Sternchen 5 ist 25. Der Schrägstrich von links unten nach rechts oben, der über der 7 auf Ihrer Tastatur ist, dient der Division. Das heißt, 10 Schrägstrich 2 gleich 5 und 20 Schrägstrich 10 gleich 2. Das sollte nicht wirklich schwierig sein, ist aber wichtig, weil viele unserer kleinen Programmierprojekte rechnen irgendetwas aus. Neben diesen Grundrechenarten, die Sie unbedingt beherrschen müssen, hat Python noch eine Reihe von Operationen, die eigentlich nur für Profis relevant sind. Wenn Sie die beherrschen, ist das gut. Wenn Sie die nicht beherrschen, geht die Welt deshalb nicht unter. Die erste Operation ist das Prozentzeichen. Diese hat nicht zu tun mit Prozentrechnung. Also 5% von 100 sind 5, 20% von 100 sind 20, sondern es geht um die Division mit Rest. Wenn Sie 11 durch 5 teilen, dann kommt daraus 2 und es gibt einen Rest von 1, der dann weiter geteilt werden muss. Also im Zweifel ein Fünftel. Diesen Rest kriegen Sie raus, wenn Sie das Prozentzeichen statt dem Schrägstrich verwenden. Wenn Sie also rechnen, 11% 5 gibt Ihnen Python den Wert 1 raus. Wenn Sie 12% 5 rechnen, gibt es einen Rest von 2. Bei 14% 5 erhalten Sie 4 und bei 15% 5 erhalten Sie 0, denn 15 geteilt durch 5 gibt 3, Rest 0. Also bleibt nichts übrig. Diesen Rest bezeichnet man als Modulus. Das müssen Sie aber nur wissen, wenn Sie mit einem Profi reden wollen. Als Jurist ist dieser Ausdruck nicht unbedingt wichtig. Die zweite Operation ist der Doppelstern, Sternchen, Sternchen. Das dient, um eine Exponentialrechnung zu machen. Das heißt, die Zahl, die vor den Sternchen steht, wird hoch der Zahl, die nach den Sternchen steht, genommen. Wenn Sie also 4 Quadrat ausrechnen wollen, können Sie eingeben 4 Sternchen, Sternchen 2 und erhalten dann 4 mal 4, also 16. Schrägstrich, Schrägstich hat ebenfalls eine Bedeutung. Es bedeutet nämlich die Division ohne Rest. Das heißt, bei unserem Beispiel mit 13 geteilt durch 5 würde bei Schrägstrich, Schrägstrich rauskommen 2, denn 13 durch 5 sind 2, Rest 3 und der Rest wird dabei einfach abgeschnitten. In Python müssen Sie oft Variablen in Texte einsetzen und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die sogenannte Prozentformatierung. Dazu setzen Sie innerhalb Ihrer Anführungszeichen ein Prozentzeichen und dieses Prozentzeichen wirkt wie die Lücke in einem Lückentext oder ein Eingabefeld in einem Formular. Welcher Text eingefügt wird, bestimmt sich nach Informationen, die nach dem schließenden Anführungszeichen folgen, denn da müssen Sie ein weiteres Prozentzeichen und den Wert, der eingesetzt werden soll, angeben. Das Ganze geht auch mit mehreren Lücken. Wenn Sie innerhalb eines Textes mehrere Prozentzeichen verwenden, dann folgt ebenfalls hinter dem schließenden Anführungszeichen ein Prozentzeichen und die Werte, die eingefügt werden, werden dann in Klammern hinter diesen Prozentzeichen angegeben. Wichtig, die Reihenfolge der Werte in der Klammer wird dann der Reihe nach abgearbeitet. Das heißt, beim ersten Prozentzeichen kommt der erste Wert, beim zweiten Prozentzeichen kommt der zweite Wert, beim dritten der dritte und immer so weiter. Die einzelnen Werte trennen Sie durch Kommata, also etwa fünf Komma in Anführungszeichen fünf, dann klappt das so, wie Sie wollen. Sie können die Texte, die Sie in die Lücke einfügen, auch gezielt formatieren, um bestimmte Gestaltungen der Zahl zu benutzen. Wir schauen uns im Folgenden nur die einfachsten dieser Formatierungsmöglichkeiten an. Schwierigere werden Sie später im Laufe des Kurses kennenlernen. Schauen wir uns zunächst Prozent I an. Prozent I heißt, dass an dieser Stelle eine Zahl eingesetzt werden soll. Das heißt, der Text wird dann als Ziffer formatiert. Ebenso gibt es Prozent S. Prozent S wie Südpol heißt, es wird ein String, eine Zeichenkette eingefügt. Das Programm weiß, dass dann in den Parametern der Text als Zeichenkette formatiert wird. Wichtig wird diese Form der Formatierung vor allen Dingen bei Kommazahlen. Wir werden als Juristen sehr oft mit Geldbeträgen arbeiten, wo es genau zwei Nachkommastellen gibt. Eine Gleitkommazahl hat aber deutlich mehr als zwei Nachkommastellen in der Darstellung, sodass man dann eben nicht 13,76, sondern 13,769,6712345 Zahlen erhalten würde, was den Nutzer eher irritieren wollte. Deshalb gibt es die Möglichkeit, solche Gleitkommazahlen zu formatieren. Die Lücke für eine Gleitkommazahl kennzeichnen Sie mit Prozent F. Damit wird aber erstmal die Gleitkommazahl mit einer ganzen Reihe von Nachkommastellen angezeigt. Sie können daher die Zahl der Gleitkommastellen beschränken. Und das machen Sie mit einem Punkt und der Zahl der Kommastellen, die angezeigt werden soll. Wenn Sie also zum Beispiel Prozentpunkt 2F angeben, heißt das, es gibt zwei Nachkommastellen. Geben Sie Prozentpunkt 4F an, sind es vier Nachkommastellen. Und geben Sie Prozentpunkt 1F an, gibt es eine Nachkommastelle. Das Ganze ermöglicht Ihnen also eine sehr flexible Gestaltung, wie viele Nachkommastellen angezeigt werden. Allerdings hat das Ganze keine Rundung zur Folge, sondern es wird schlicht abgeschnitten. Wenn also zum Beispiel die Zahl 1,599 mit einer Nachkommastelle angezeigt wird, wird nicht etwa 1,6 angezeigt, sondern 1,5. Es wird schlicht alles, was nach der ersten Ziffer ist, abgeschnitten. Neben dieser Gestaltungsmöglichkeit gibt es noch eine andere Möglichkeit, Texte zu formatieren. Und zwar die sogenannten F-Strings. F-Strings bezeichnen schnelle Ergänzungsmöglichkeiten. F steht also für fast. Merken Sie sich, dass F-Strings mit geschweiften Klammern arbeiten. Das heißt, das Prozentzeichen spielt dabei keine Rolle. Damit Python weiß, ob Sie einen F-String benutzen wollen, müssen Sie vor das erste Anführungszeichen ein F wie Friedrich setzen. Und zwar ein kleines F. Danach kommt das normale Anführungszeichen, Ihr Text und dann kommt das schließende Anführungszeichen. Innerhalb dieses Textes können Sie dann geschweifte Klammern setzen und Python führt alles, was innerhalb dieser geschweiften Klammern ist, aus und zeigt dann den Ergebnistext an als Resultat. Ich habe Ihnen hier ein einfaches Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel, wenn Sie haben die Variablen Zahl und Text, dann können Sie direkt in die geschweifte Klammer das Wort Zahl und das Wort Text schreiben. Und für den Leser wird dadurch direkt klar, was Sie meinen, nämlich Zahl ist Text. Damit sollte auch der zweite Vorteil dieser F-Formatierung gegenüber der Prozentformatierung klar sein. Das Ganze ist deutlich besser lesbar. Wenn Sie also eine gewisse Routine entwickeln, sollten Sie versuchen, vorrangig F-Strings zu benutzen und weniger auf diese Prozenttechnik. Ich habe eben schon gesagt, dass Python alles ausführt, was in den geschweiften Klammern im F-String steht. Das bedeutet auch, Sie können innerhalb der geschweiften Klammern Rechenoperationen durchführen oder Sie können sogar innerhalb der geschweiften Klammern Funktionen ausführen. Das heißt, Python wird dann, bevor es den String ausgibt, diese Funktion ausführen, und zwar von links nach rechts, und dann entsprechend die Informationen verarbeiten. Auch das kann die Lesbarkeit des Programms verbessern und ermöglicht Ihnen eine sehr viel flexiblere Gestaltung. Abschließend möchte ich Ihnen noch einige Sonderzeichen vorstellen, die Sie innerhalb von Strings benutzen können. Zunächst einmal gibt es das Zeichen Backslash. Hinter Backslash folgen bestimmte Sonderzeichen, die für Formatierung genutzt werden. Den Backslash finden Sie auf einer deutschen Tastatur bei Alt-GR und SZ. Das heißt, das ist der Strich, der links oben anfängt und rechts unten aufhört. Also nicht der, der bei der 7 ist, der von links unten nach rechts oben geht. Die wichtigste Sonderzeichenvariante ist Backslash N, N wie Nordpol. Das bedeutet, füge eine Leerzeile ein. N steht für New Line, Neue Zeile. Es gibt daneben auch noch eine ganze Reihe andere, z.B. Backslash T wie Tabulator, aber die müssen Sie nicht beherrschen, während das N für Neue Zeile durchaus relevant ist. Das zweite Sonderzeichen ist Prozentprozent. Das müssen Sie benutzen, weil Python ja das Prozentzeichen für Lücken benutzt, um das Prozentzeichen anzuzeigen. Wenn Sie also sagen wollen, 5% von 100 sind 5, dann müssen Sie schreiben, 5% Prozent von 100 sind 5, weil das eine Prozentzeichen Python eine Lücke indizieren würde und Python so nicht wüsste, was in diese Lücke eingefügt werden soll. Doppelprozent ist schlicht das Anzeigen des Prozentzeichens. Entsprechend auch bei den F-Strings ist die geschweifte Klammer ein Zeichen, dass hier in dem Text eine Funktion ausgeführt wird oder eine Variable ausgegeben wird. Wenn Sie eine geschweifte Klammer als solche anzeigen wollen in einem F-String, müssen Sie einfach doppelgeschweifte Klammern machen. Das heißt, die Doppelung sagt, hier geht es um das Zeichengeschweifte Klammer und nicht um das Ausführen von weiteren Funktionen. So, damit hätten wir jetzt den ersten Schritt erledigt. Sie haben bestimmte grundlegende Funktionen kennengelernt und wir werden im zweiten Teil unseres Kurses nun diese bekannten Funktionen in die Praxis umsetzen. Das heißt, die Doppelung sagt, hier geht es um diese Behandlung. So, wenn wir im zweiten Teil wieder dans den nächsten Tonnen auf der Tür verbetigen, was wir bei der Tür이잉 gefeiert haben, So, wir sehen wie, was das so einfach an deinemoto von das Jägler Club in der Türschleifte,